Ich lade dich daher ein, auf meinen Hof zu kommen und dort zu warten, bis das Testament drei Wochen nach meinem Tod eröffnet wird. Den Hof da hat mir der Hensli bei Roseli verschrieben. Was? Dir auch? Jede glaubt, sie kann den Hof erben. Allerdings in Briten auch geschafft, das ist ganz anders. Und wir haben zwischendurch irrsinnig lustige Szenen dabei. Enorme Herausforderungen für die Damen, weil es Action ist und weil sie kämpfen müssen. Und wir können auch möglicherweise eine Szene sorgen, wenn sie holt. Gott, ich will, ich will doch nicht rufen, wo ich mich kann da. Sie hat umgefahren. Pfingstsonntag auf alle Fälle haben wir ein wunderschönes Haus da, voller Leute. Oder ein paar Leute haben vielleicht noch Platz. Aber die meisten haben schon ihre Karten gekauft. Aber wir spielen das natürlich dieses Jahr noch öfter. Wahrscheinlich noch sieben, acht Mal, vielleicht auch zehn Mal. Eben abwechselnd natürlich mit Pornogrammen. Aber das ist natürlich das Stück, das noch eh. Dass die Leute einen Schenkelkopf haben. auf jeden Fall ist das so ein bisschen hoch. Okay, also gehen wir weiter, oder? Ja. Pornos! Wollen wir noch ein paar mal ziehen, dann für die Essen? Es geht noch ein paar Mal. Vielen Dank.